Ist der schwul oder was? Alter Clash, Junge. Wollen wir noch einen Epic Win machen? Ja, jemals. Wollen die Kieperchen, Baukieperchen? Wollen wir jetzt noch einen Wolle und ich will jetzt noch einen Wolle Bewegung machen. Wollen wir jetzt raus? Für mich weniger. Wollen wir uns hier halten? Wollen wir einen Wolle? Wollen wir keinen Druck, weil wir den Kieperchen haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. das ist einfach nur wind das geht doch voll klar ich habe noch viel mehr das ist eine maschine jetzt geht das einfach eben was soll denn der scheiß hier warum denn andauernd diese kacke alter immer ein beam beam immer das ist mir alter zwölf jahre dicker also das ist ja so krank leben sonnen besoffenen niger gesehen was hast du dazu lsd das macht ja auch schwarz das ist nicht real der ist real der ist real alter nach hause mein penis ist schon steif da 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 so krank so krank so krank so krank hey vor dem bonbon was geht denn schocko niger niger der niger hau er ab zeigen doch mal deinen Не voll hau er ab ja von ca so ab Was ist dein Lieblings-Skin in Fortnite? Raven Skin! Yeah! Also dort ist es ein bisschen kruselig, ja. Fetz! Das wird lustig. Das ist gut, gut quality, gut quality. Gleich mal ein Flug von gut quality. Willst du es probieren? Ah, gut quality. Ja, nicht den Müll hier. Ich habe nur eine Beam einstecken. Knallt das? Hm. Wirst du fahren mit deiner Geigenkacke? Gut quality. Ja, geht mal bitte auf den Huse. Hallo? Ich gehe lieber weiter rüber. Ich gehe lieber weiter rüber.